Dieses Video nutzen wir dazu, unser nerviges NAS deutlich angenehmer und leiser zu bekommen. Ganz unhörbar habe ich es nicht geschafft, aber immerhin konnte ich die Geräuschkulisse deutlich reduzieren. Es gibt drei Problemfelder, die wir jetzt in dem Video angehen müssen. Die Vibrationen, die Lüftergeräusche und die Laufgeräusche der Festplatten. Fangen wir mal mit den Vibrationen an. Man muss darauf achten, dass die Vibrationen der Festplatten nicht übertragen werden, auf dem Schrank zum Beispiel, auf dem das NAS steht. Sonst mache ich den Schrank zum Resonanzkörper und das Ganze wird ziemlich laut. Das NAS hat zwar so ein paar Gummi- oder Moosgummifüßchen, die helfen aber null, gar nichts, bringt nichts. Da muss also noch was anderes drunter. Eine günstige Lösung sind zum Beispiel die Schmutzradierer, die ihr im Drogeriemarkt eures Vertrauens bekommt. Die sind einfach so breit und federn das Ganze so weit ab, dass da auch nichts mehr zu hören ist, wenn ich das NAS auf die Teile stelle. Alternativ kann man auch bei Amazon solche Moosgummi-Pads kaufen. Achtet aber da bitte drauf, dass die breit und dick genug sind. Denn so dünne Pads, die bringen überhaupt nichts. Sei es einfach das NAS mit seinen Festplatten zu schwer, drücken sich durch diese dünnen Pads durch und die Vibrationen sind dann doch wieder auf dem Schrank zu hören. Damit hätten wir den ersten Punkt erledigt, die Vibrationen. Kommen wir zum Lüfter. Beim Lüfter gibt es gar nicht so viel Potenzial, was besser zu machen. Ich habe mir einen Noctua-Lüfter gekauft und der ist auch bestimmt toll und leise. Das Problem ist aber, dass die Lüftersteuerung, die von QNAP mitgeliefert wird, auf den Originallüfter abgestimmt ist. Ich habe es also nicht hinbekommen, da eine vernünftige Lüftersteuerung einzustellen, die dann wirklich leiser gewesen wäre als der Originallüfter. Deshalb wäre meine Empfehlung, den Originallüfter tatsächlich zu verwenden. Der war bei mir zumindest nicht besonders laut und ist halt am besten auf diese Lüfterregelung ausgelegt. Ein kleiner Tipp wäre noch, also was ich jetzt tatsächlich im Einsatz habe, ist, Es gibt ein kleines Skript auf GitHub, das verlinke ich euch natürlich. Das muss dann vielleicht für euer Nass ein bisschen angepasst werden, also ist ein bisschen für Experten gedacht, aber damit kann man die Lüftersteuerung noch feinkranulare machen und auf seine Bedürfnisse anpassen. Meiner Meinung nach ist die Lüftersteuerung von QNAP viel zu aggressiv und dreht zu schnell hoch und geht gar nicht oder nur sehr langsam wieder nach unten, wenn das Nass abgekühlt ist und das kann man damit eben beheben. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar den Laufgeräuschen der Festplatte. Ich habe einen Kallax von Ikea und ich habe so das Gefühl, dass halt die Geräusche vom Nass einfach an den Wänden so ein bisschen sich ja aufschaukeln, also das ist wie so eine kleine Schallkammer, kann man das so sagen, oder er erzeugt einfach Hall dadurch, dass er halt von 1, 2, 3, 4 Seiten eine glatte Fläche hat und darin sammeln sich dann so die Geräusche und geben sie ein bisschen lauter nach draußen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich recht unprofessionell ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also den Effekt, den man halt auch im Badezimmer hat, da ist die Akustik ja auch nicht besonders toll. Jetzt hat er bei der Kallax einen Vorteil. Da gibt es eine schöne Tür dazu und die hat so eine Art Lüftungsschlitze vorne drin, sodass ich mir gedacht habe, da kann ich es doch ein bisschen leise mitmachen, wenn ich vorne eine Tür schließen kann, die Lüftungsschlitze hat. Hinten kann man das Ganze ausschneiden, also diese Tür ist so eine Art Add-on zu dem Teil. Hinten kann ich das dann ausschneiden, sodass die Luft vom Nass rausgefüllt werden kann. Das Blöde ist nur, dass das Frischluftanziehen von vorne nicht gut funktioniert hat bei mir und das Nass ständig hochgedreht hat mit den Lüftern, damit es doch ein bisschen Frischluft von vorne bekommen hat und dadurch war es aber trotzdem wieder lauter, einfach durch die erhöhten Lüftergeräusche. Was habe ich also zur Lösung gemacht? Es gibt zwei Lösungen, damit die ganze Konstellation leise wird. Ich habe einfach günstigen Schallabsorber-Schaumstoff genommen und habe quasi diese Schallkammer so ein bisschen damit ausgekleidet, damit die Geräusche sich nicht aufschaukeln können. Man muss halt immer den ganzen Luftstrom im Auge behalten, dass quasi von vorne Luft eingezogen werden kann und hinten rausgepustet werden kann. Das hat ja wie gesagt nicht gut funktioniert, deshalb habe ich mir einen Noctua-Kühler geholt oder einen Noctua-Lüfter und den habe ich mit so einem USB-Adapter verbunden an den USB-Port vom Nass. Das hat den Vorteil, dass der USB-Port einfach nur 5 Volt liefert und damit ist dann auch sichergestellt, dass der Lüfter einfach immer in der geringsten Drehzahl dreht. Der Lüfter wirbt mit einem hohen Differenzialdruck und den brauche ich, wenn ich keine freie Bahn habe für die Luft, sondern was im Weg ist und das ist ja bei dem Nass tatsächlich der Fall. Da habe ich ja die Festplattenschächte im Weg und dagegen bläst er eben an und der Originallüfter vom Nass pustet dann hinten die Luft wieder raus. Ja, das ist jetzt mein Setup, also den Kallax Schall gedämmt von innen, vorne noch einen Lüfter drauf, der halt den Luftstrom ja aufrecht erhält, hinten das Ganze nochmal aufgeschnitten und hinten an der Wand, wo das Ganze rauskommt, da kommt ja dann der meiste Schall raus, auch vom Lüfter zum Beispiel, habe ich auch nochmal dafür gesorgt, mit den Schallabsorbern oder mit dem Schaumstoff, dass eben nicht an der Wand dann zum Beispiel der Schall sich wieder aufschaukeln kann. Unhörbar kriegt man es damit nicht, also ich höre das immer noch laufen hier neben mir, aber es ist deutlich gedämpfter, leiser und die Laufgeräusche sind deutlich ruhiger oder angenehmer geworden durch diese Modifikationen. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man das Ganze noch eleganter gestalten kann oder vielleicht wie ihr es gemacht habt, dann bitte in die Kommentare damit. Die ganzen verwendeten Materialien, die verlinke ich euch mal auf Amazon. Ich habe ja ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich jetzt an dem Punkt war, dass ich es so bekommen habe, wie es mir dann tatsächlich gefällt. Wenn euch das Thema Nass interessiert, dann könnt ihr gerne mal abonnieren oder auf meinem Kanal stöbern, da werdet ihr noch weitere Videos zum Thema finden. Blende ich euch natürlich jetzt auch im Abspann ein. Bis zum nächsten Mal.